Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley, wo wir heute erst einmal vielleicht die Königin der Soße anschauen. Preiselbeersüßigkeit. Hier ein Rezept, das Spaß macht und mit dem du das neue Jahr feiern kannst. Preiselbeeren sind an sich ziemlich bitter, aber tauche sie in ein Bad aus Zucker und sie schmecken wie die Tränen eines Engels. Gehe wie folgt vor. Ich habe gelernt, wie man Preiselbeersoße macht. Stark. Der Plan ist aber eigentlich, dass wir heute in die Schädelhöhle nochmal gehen. Guten Morgen, Oskar. Um dort die prismatische Scherbe zu finden, im besten Fall. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich werde es versuchen. Und ansonsten werden wir uns auf den Frühling vorbereiten und unsere Felder bestellen. Ich glaube, ich bin wirklich froh, dass du ein Teil unserer Gemeinde geworden bist. Ich habe einen Scheck über 500 Gold des Sterntautalagrafaus beigelegt, um dir zu helfen, weiterhin gute Arbeit zu leisten. Vielleicht kannst du damit neues Saatgut kaufen. Gruße, Louis. Mache ich. Vielen Dank, Louis. Es tut mir leid, dass ich dich gestern aus dem Gebüsch geschubst habe, wenn du heute so freundlich zu mir bist. Oder versuchst, etwas gut zu machen. Man weiß es nicht. Unser erster Räucherfisch. Wir werden ihn auch direkt verkaufen. Wie cool der ist, die ganze Zeit hier raucht. Könnte auch ein bisschen ablenken, wenn das die ganze Zeit passiert. Aber okay. Wir können eigentlich noch einen reinschmeißen. Wie wäre es denn mit, 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 mit? Gut. Äh, dir. Okay. Zack. Und meine hier raus. Dann kommst du hier rein. Danke. Du kommst mal hier hin. Die restlichen Fische können hier rein. Danke. Längdorsch. Perfekt. Ähm. Müll kann hier noch rein. Sehr gut. Okay. Äh, nie. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Hier noch. Okay. Jetzt haben wir es. Ich packe meine Angelgrad noch weg. Und wir werden einmal ins Museum hüpfen. Und wir werden dann in die... In die Schädelmine. Das ist zumindest der Plan. Einmal verkaufen. Dann schauen wir noch schnell nach unseren ganzen Tierchen. Hallo. Boah, ich habe jetzt gar nicht mehr den Melkkübel. Boah, das ist echt. Äh, schlecht vorbereitet. Zack, zack. Ah, nee. Da müssen wir doch noch erst melken. Das ist mir dann doch wichtiger. Da kommen die Höhlenkorre. Da verkaufe ich auch. Ich hole gerade noch mal Melkkübel. Und... Schon fertig? Wie schnell das geht. Ich dachte, das dauert viel, viel länger. So, Melkkübel und... Und ja, ich nehme euch einfach mit. Ich würde schon nichts passieren. Berühmte letzte Worte. So, einmal noch zurück. Nochmal... Äh, melken. Zack. Zack. Zack, perfekt. Dann können wir jetzt auch Ziegenkäse machen. Großartig. Äh, dich kann ich auch gleich verkaufen. Guten Morgen, ihr alle. Guten Morgen, habe ich gesagt. Niemals höre ich einen guten Morgen zurück. So traurig. Ähm... Nein, ich will die Eier. Nicht die Machen. Habe ich alles? Sieht so aus. Okay. Dann, hier rein, hier rein. Sehr gut. Wir machen uns mal schnell, äh, auf den Weg ins Museum. Um dort... Äh, hier die, die, die Samen abzugeben. Genau, und der Plan war noch ein paar... Regenwürmer auszubuddeln. Die uns begegnen. Hier oben noch. Und vor 10 können wir ja eh nicht. Ähm... In die Wüste, weil Pam vorher nicht arbeitet. Ich sag... Zeig mir doch nochmal zurück. Inventar leer machen. Ich weiß nicht. Die Museum spenden. Historisches Saatgut. Äh, wo wird's denn hinpassen? Komm mal hier hin. Oh, eine Belohnung. Das ist wahrscheinlich das Rezept, oder? Ja. Oh, wir haben sogar schon einen Samen. Oh, dann könnten wir den doch direkt anpflanzen. Dann müssen wir auf jeden Fall zurück. Ich dachte, wir bekommen den Samen noch gar nicht. Sondern nur das Rezept. War das ja perfekt. Können die immer noch wachsen? Ja, natürlich. Ähm... Dann doch nochmal schnell nach Hause. Hi, Pam. Ich komm gleich. Ich brauch da nochmal ganz kurz. Weil das anders jetzt abläuft, als ich dachte. Zack. Ähm... Hier kommen auch... ...Sprossen hin. Also, hopfen. Dann kommt hier ein Gang, der durchgeht. Das heißt, wir könnten... ...hier... 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 die Vogelscheuche aufstellen. Und dann geht's in die... Wo magst du denn hin? Hier? Sieht doch cool aus. Oh, hier können wir auch nochmal schnell... Das ist fertig. War so viel zu tun. Dieses Spiel hält mich ständig davon ab, das zu machen, was ich mir vornehme. Auf der einen Seite ist es sehr großartig, auf der anderen Seite und mich halt auch nie dazu, was ich machen will. Nicht so schlimm. Los geht's. Ich will doch nur eine prismatische Scherbe. Mehr will ich doch gar nicht. Das ist doch ein bescheidener Wunsch, oder? Ich denke, das ist ein bescheidener Wunsch. Danke für die Fahrt. Wo kriege ich eigentlich jetzt die rote Beete her? Ich glaube, da muss ich jetzt warten, bis... ...bis Pierre dem Angebot hat, oder? Wir müssen nochmal gucken. Zack. Ist hier eine prismatische Scherbe? Iridium wäre natürlich auch großartig zu finden. Da würde ich auch auf gar keinen Fall Nein sagen, wenn das jetzt hier rumliegen würde. Das ist auch eins von diesen überarbeiteten Gebieten, oder? Das Layout kenne ich jetzt auch noch nicht. Also bewusst nicht. Obwohl nichts heißt... Zack. Prossi und Plumsi, wo seid ihr? Reist mir den Weg. Oh, da ist die letzte Omnigiote, die wir brauchen für die... ...Störe. Störe mich nicht. Ah, Sprossi, perfekt. Zack. Ein bisschen... ...Iridium. Ne. Okay, auch keine prismatische Scherbe. Wir gehen einfach mal runter. Wenn wir es finden, schnell, sollten wir das auch annehmen. Prossi wird einen Plan haben, warum er sich uns zeigt. Bin ich fest überzeugt. Aber es ist nur digitaler Code. Ja, aber wenn ich mir da schön rede, ist es viel angenehmerer digitaler Code. Das dürft ihr nicht vergessen. Ah! Okay. Prismatische Scherbe, ich hätte dich gern in meinem Leben. Wir können mal den würzigen Aal essen, haben wir ein bisschen mehr Glück. Sollten wir auf jeden Fall nutzen. Beziehungsweise die Hoffnung haben, dass es irgendwas bringt. Noch eine Omni-Giode. Schon gelohnt. Prossi. Aua. Falsche Waffe. Haut ab. Ich will nur meine Ruhe. Ich will nur meine prismatische Scherbe, Iridium und meine Ruhe. Das sind die einzigen drei Wünsche, die ich im Leben habe. Das wäre ganz großartig. Also ich habe schon noch ein, zwei Wünsche mehr. Aber das sind die, die mir aktuell einfallen. Oh, noch eine Omni-Giode. Leiter. Sprossi. Wo bist du? Oder Plumsi. Plumsi wäre mir gerade noch lieber. Wäre es, wenn einfach nichts davon auftaucht. Danke. Plumsi. Bist ein Guter. Sechs Ebenen. Nice. Hilfe. So eine Schatztruhe würde ich auch gerne mal wieder finden. Hier in den, in den Höhlen. Aua. Ach, komm schon. Danke. Ah. Komm, wir nehmen es direkt. Hier, Leute, oder? Das ist ja krass. Äh, Teleportrote. Aber das können wir einfach auch später benutzen. Das wäre ganz cool. Dann können wir fünf Stück. Dann können wir relativ lange hierbleiben. Alex, Diät für sein Krafttraining. Volles Frühstück. Lachsmahlzeit. Langsam liebe ich dieses Essen. Ich spüre das Eiweiß richtig. Cool. Das hat, das war super. Also die Schatztruhe war jetzt echt gut. Dann können wir nämlich echt länger noch hier durchhalten. Bis zum, weiß ich nicht, halb zwei oder sowas. Also wenn wir so lange überleben, natürlich. Aber. Da fängt es an. Aber. Oh, bitte nicht nochmal treffen lassen. Wer ist denn Erik, den zweiten auch noch? Oh, das war jetzt richtig übel nochmal. Ja, aber es hat sich angehört, als wäre irgendwo die Leiter aufgetaucht. Ist die Leiter oben aufgetaucht? Mal kurz mal schauen. Ne. Na gut. Dann suchen wir Plumsi oder Sprossi weiter. Was lang haben wir denn noch Glück? Vier Minuten. Eher knapp fünf. Oh, hier. Lieder Pils. Aua. Aua. Die Gegner halten aber auch was aus. Danke. Das ist nicht feierlich. Das ist nicht feierlich. Wir suchen gerade mal hier nach der. Maschprossi oder Plumsi. Ich mag die beiden Namen einfach. Ich würde ja ganz gerne das auch als Plüschtier rausbringen. Plumsi und Sprossi als Plüschtier wäre großartig. Wen es interessiert. Ich habe jetzt sogar irgendwie T-Shirts mit ein paar Motiven. Wer an sowas Interesse hat. Oder ein Babylatz. Oder Kapuzen. Oder Tassen. Aber nur nicht mit so. Ich hätte gerne auch Plüschfiguren. Aber sonst könnt ihr ja gerne mal schauen, wenn ihr an sowas Interesse habt. Oder wenn ihr sagt, oh, ein T-Shirt wäre cool von dir oder sowas. Aber ich hätte gerne das und das Motiv. Könnt ihr mir auch gerne Bescheid geben. Und wenn ihr sagt, ich habe an sowas gar kein Interesse. Ist das auch voll in Ordnung. Ich fand es witzig. Wer Bock hat, gerne. Wer keinen Bock hat. Habe ich auch absolut gar kein Problem mit. Prossi. Sticker würde ich auch noch gerne rausbringen. Aber habe ich noch nicht gefunden, wo ich das gut machen kann. Habe mich jetzt aber auch noch nicht so da reingekniet. Maschiridium. Das ist gerade nochmal ein Müsli-Riegel. Iridium kommt zu mir. Schön. Aber so eine Iridium-Spitzhacke, das wäre ein Geschenk. Das würde so viel einfacher machen. So, Plumsi. Magst du nochmal zu mir kommen? Magst du nochmal ganz kurz auftauchen? Und dann brennen wir beide durch. Mehrere Ebenen nach unten. Dün, 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 dün. Na gut, Sprossi nehme ich auch. Ich mag euch beide sehr gerne. Oh je. Oh, aber nochmal witziger Aal. Perfekt. Ich lege hier oben mal die Bombe. Wir benutzen die auch direkt. Und ich esse mal was. Hm, Brot. Jetzt können wir mal das andere Brot. Danke. Das habe ich in der Mülltonne gefunden. Schmackofatz. Zack. Oh, Plumsi und Sprossi. Wo seid ihr? Oh, ich sollte vielleicht mal so ein Lied auch schreiben über Plumsi und Sprossi. Wie oft sie mir schon in prekären Situationen geholfen haben oder mir den Rücken gekehrt haben. Beides ist schon vorgekommen. Aber ich bin kein nachtragender Mensch. Einfach, weil ich sehr vergesslich bin. Oh je. Feuer Quarz. Oh nein. Aha. Aber wenn jetzt ganz viele Drachen kommen, ganz ehrlich, ich glaube, dann verabschiede ich mich schon. Ja, das ist mir zu heiß. Sorry. Ich mag jetzt nichts verlieren. Ich mag nicht schon wieder irgendwie bei HW erst aufwachen. Das ist mir einfach zu heiß. Ich bin zufrieden. Wir haben ein bisschen Iridium gefunden. Schon auf relativ niedrigen Ebenen. Von daher beschwere ich mich überhaupt nicht. Und dann nehme ich das Geschenk, äh, Geschenk vor allem. Geschenk dankend an. Ist heute mein Geburtstag? Wann ist denn die Folge? Ich glaube, ja. Von daher passend. Passendes Geschenk. Ich nehme die Folge halt alles. Ich habe das hier alles jetzt schon am Sonntag aufgenommen. Von daher bin ich gerade so ein bisschen verwirrt, wegen, äh, wann die Folgen online sind. Okay, ne, sieht gut aus. Äh, den Pilz packen wir in die Pilzhöhle. Da müssen wir eh nochmal hin. Dann hole ich hier gerade nochmal die anderen Sachen raus. Zack, zack. Sehr gut, zutiere das einmal. Und wenn ich mich nicht täusche, doch eins von den Kanalmitgliedern mindestens eins heute Geburtstag. Äh, äh, auch da herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht im Datum vertan. Das wäre mir auch sehr unangenehm. Weil ich habe ein gutes Gefühl. Ich meine, ich habe das richtig gemerkt. Äh, dich kann ich auch verkaufen. Du kommst hier rein. Okay, äh, hier rein. Danke. Äh, die Omnigiode noch unten bei den Fischen. Und dann gehen wir mal ins Bett. Dann ist morgen Frühling und dann ist das doch großartig. Hey, schau, das ist Omnigiode. Genau, was wir gebraucht haben. Das freut mich für euch. Sehr cool. Okay. Äh, Oscar hatte ich schon guten Tag gesagt. Perfekt. Dann machen wir jetzt einen Großeinkauf, äh, für den Frühling. 500 Gold, das ist halt schon sehr cool. Der Hecht. Die weiße Thun war jetzt überschaubar. Aber 500 Gold. Hm, nehme ich gerne. Damit kann man echt viel Kohle machen. Wie soll ich mich darauf ein bisschen konzentrieren? Lea. Hallo Slurp. Hast du diesen Nachmittag Zeit? Ich habe mich endlich dazu überwunden, meine Kunst heute am Stadtplatz zu zeigen. Kommst du zwischen 15 und 17 Uhr vorbei, wenn du dabei sein willst. Auf alle Fälle, Lea. Cool. Und Kent. Ähm, hallo. Mein Name ist Kent. Ich bin das letzte Nacht zurückgekommen. Aus dem Ausland. Eine Frau meinte, dass ein neuer Besitzer während meiner Abwesenheit eingezogen sei. Nun, ich wollte mich nur mal vorstellen. Und sieht sich. Boah, Kent ist halt... Kent ist ein ziemlich cooler Typ. Aber halt krass. Traumatisiert. Hinweis, der Preis für Rohmaterialien in Robin und Clints Läden ist gestiegen. Ähm, schade. Inflation macht auch vor... Computerspielen keinen Halt. Okay, ich würde sagen, du kommst mal hier hin. Und wir bereiten schon mal die Felder vor. Ne, wir gehen erstmal gleich zu Clint. Äh, zu Clint. Zu Pierre. Wie sieht denn das Gras jetzt eigentlich aus? Ist das jetzt weiter gewachsen? Wir sind überall Baumsamen. Ich glaube, das hat sich jetzt mal ein bisschen ausgebreitet. Kannst du jetzt nicht 100% sagen? Ich hätte vielleicht vorher noch ein bisschen pflanzen sollen. Na gut. Ah, hier ist Moos. Danke. Und die Eulenstatue. Hä? Wo bist du denn aufgetaucht? Gar nicht mitbekommen. Wie lange stehst du denn schon da? Hm. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. So, du kommst einmal hier rein. Mal verkaufen. Zack. Zack. Ah, hier grünes Zeug. Danke. Okay, äh, die Omnigioden können wir aufmachen. Wir gehen mal zu Pierre. Ah, wir gucken erstmal nach den Tieren. Dann gehen wir zu Pierre. Gute Reihenfolge. Ihr könnt ja auch wieder raus. Perfekt. Das ist ja schön. Oh, das ist ja schön. Ich mache euch direkt das Tor auf. Das freut mich für euch. Bitteschön. Bitteschön. Noch eine. Oh, ein Dino-Ei. Sollen wir gerade noch eins ausbrüten? Bis jetzt zwei Dinos haben. Ja, komm, das machen wir gerade mal. Cool. Dann haben wir, dann haben wir, wenn beide fertig sind, haben wir dann genug Dino-Mayonnaise immer. Ah, und hier wachst auch. Wie schön. Verkaufen. Entenfeder kann ich auch mal verkaufen. Sehr cool. Ah, ich bin so gespannt, wie sich das jetzt ja alles hier im Frühling entwickeln wird. Ich freue mich richtig drauf. Als Kette. Oh, stimmt, die können wir jetzt auch angeln. Sollten wir vielleicht auch machen. Wir gucken erst mal nach den... Oh, mein Kopf. Ah, Pam. Schon 15 Uhr? Nein. Ah, ein weiterer wunderschöner Tag im Pelikan. Die Papageien. Von der Papageieninsel? Von der Ingwerinsel? Meine Freunde. Ah? Oh je. Oh nein. Oh nein, du armes Ding. Oh, stimmt, das ist der Papagei, um den sie sich kümmert. Wenn man... Zumindest, wenn man sie heiratet, ist er auch immer da im Haus. Dein Flügel ist gebrochen. Oh, du bist ein wenig anders als der Rest, nicht? Genau wie ich. Keine Angst, ich pflege dich wieder gesund, Kleiner. Alles wird gut. Emily nahm den verletzten Papageien mit sich nach Hause und bandagierte den Flügel. Er ist jetzt in ihrem Zimmer. Als Zeichen ihres Respekts gab sie dem Vogel keinen Namen. Was hat das mit Respekt zu tun? Das habe ich jetzt noch nicht so zusammengebracht, aber vielleicht bin ich dafür auch zu disrespektierlich. Was hat das mit Respekt zu tun? Die örtliche Population des Fisches hat Delle bedroht lang. Ja, ich nehme es mal an, aber es interessiert mich gar nicht so. Mich interessieren... Die Sachen hier. Ich brauche... Das ist dann auch wieder... Das ist ja alles für den Sommer. Der Hopfen ist ja erst im Sommer dran. Oder ist ja sogar erst im Herbst dran. Nicht mal im Sommer. Das war es natürlich alles ein bisschen kniffliger. Oh, okay. Ich habe gehofft, dass es jetzt schon... Ich dachte, das wäre im Frühling dran. Mein Fehler. Okay, was machen wir denn? Ich will eigentlich nur Sachen, die ich mehrfach ernten kann, aber das gibt es hier gar nicht im Frühling. Wir machen mal von allen ein bisschen was. Bohnensetzlinge. Doch, Bohnen kann man öfter pflanzen. Äh, 10 Tage. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn da? 12? Ich glaube 12. Dann machen wir mal 16, 24. Machen wir auch mal 24. Zierloch, Knobloch machen wir mal 8. Eis. Äh, brauche ich aber nicht, weil es schneller wächst. Auch 8. Gras, Weizen. Nee, der Rest ist gut. Wir können vielleicht nochmal einen Baum kaufen. Ähm, irgendwas, was im Sommer dann blüht. Haben wir schon Orange? Weiß gar nicht, ich glaube nicht. Ähm. Okay. Wir lassen es mal so. Und gucken mal, dass wir was anbauen. Wir können auch unsere ganzen Blumensetzlinge wieder einpflanzen. Die wir haben. Und unsere ganzen, ähm, Wildsamen, die wir gefunden haben. Ich glaube, ich muss aber doch mal mein Feld ein bisschen umstrukturieren. Vor allem kann ich jetzt die ganzen Sprinkler erst mal wieder aus dem Gewächshaus rausnehmen. Wenn die erst später dran sind. Aber. Machen wir das mal folgendermaßen. Ja, ich bau euch mal hier weg. Ich guck dann später nochmal nach euch. Ich hab ja noch mein Foto. Auch ein, aber hier noch für den Samen. Ich glaub, der wär ansonsten eh hier gewesen. Ich setz dich mal da hin. Das passt schon. Ansonsten hol ich vielleicht gleich noch ein paar andere. Weil ich will die Meridium dann hier hinsetzen. Und dann hier unten noch ein. Zack. Eins, zwei, drei, vier. Das ist jetzt aber auch nicht so perfekt, ne? Ne, dann machen wir das anders. Wir machen, dann haben wir halt eine kleine Überschneidung. Das ist auch in Ordnung. Dann kommst du hier hin. Und wir legen gerade mal die Felder an. Hier wollte ich die Bohnen hinsetzen. Warum kann ich hier nichts hinpflanzen? Hä? Sehr merkwürdig. Was ist denn da los? Doch, geht. Machen wir gerade nochmal hier die Reihe runter. Und jetzt. Hast du das schon? Ja. Hahaha. Perfekt. Ich bin jetzt sicher, ob er das schon kann. Oder dass er erst die... ... ... Hier umhacke kann. Sehr gut. Aber das lohnt sich so sehr, die im Jahr zwei zu haben. Also lohnt sich generell, die immer zu haben. Aber gerade für die Ernten oder beziehungsweise die Felder im Frühling nach dem ganzen Winter ist das natürlich mega. Ich glaube tatsächlich, ich kann dich auch woanders hinsetzen. Und du schützt trotzdem vor... Ähm... ...Drehen. Dann nehme ich dich gerade nochmal mit. Hallo Maus. Eure Maus, oder? Du bist eine Maus. Du bist kein Waschbär. Nee, du bist eine Maus. Hahaha. Ich setze dich gerade mal hier hin. Sehr gut. Hallo Oskar. Und hier weitermachen. Was ging die... Dass Katze direkt an der Maus rumhängen. Ja, ist ja auch auffällig. Ich beobachte das. Nicht die Vogelscheuche ärgern. Leg dich ruhig aufs Feld, wo ich jetzt arbeiten möchte. Das stört mich überhaupt nicht. Gar kein Problem. Gerne. Gar kein Problem. Äh... Hier einmal. Wir haben, glaube ich, auch noch welche eh im... Im Hof. So. Hier wollte ich die Bohnen hinsetzen. Zu viele gekauft. Äh... Wie sieht denn das aus? Was haben wir jetzt eigentlich noch hier? Ein Samen in unserem Lager. Die in den Frühling passen. Äh, die Karotten. Hier sind nochmal Bohnen. Äh... Sommer oder Herbst. Euch brauche ich. Und Reis können wir auch nochmal anbauen, wenn wir zu wenig haben. Okay. Dann könnte ich aber überlegen, ob ich... Hey, hallo Banana. Die restlichen Bohnen hier reinsetze. Und damit schon mal ein bisschen das Layout übe. Okay. Ah, ich muss... Ja, okay. Hahaha. Ähm... Reicht das? Äh... Wird das jetzt alles gegossen? Hier noch nicht. Nee. Hier. Hier. Ich habe das eh, glaube ich, alles falsch gesetzt. Hier. Hier. Sehr umständlich, wie ich es gesetzt habe. Sehr verschwenderig. Hätte ich besser machen können. Okay. Äh... Nächster Schritt. Ähm... Vielleicht so. Dann packen wir jetzt hier... Fangen wir mit den Kartoffeln an. viel zu wenig Samen gekauft. Viel zu wenig Samen gekauft. Craziness. Dann könnte ich mir überlegen, ob wir doch einfach die anderen Samen alle hier reinpacken. Was ist das überhaupt? Ein bisschen Wildpflanzen ist ja eh gesünder für die Felder. Aber aber auch nicht genug. 1, 2, 3. Äh... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir brauchen noch elf weitere Samen. Und hier unten wollte ich ja nochmal die Blumen anbauen. Ja, ich glaube, das passt so. Ja, und hier. Zack. Zack. Äh... 25. Okay. Ich ziehe nochmal eins hin. Nicht ganz. Oh, sogar wieder zu viel. Na gut. Ich nehme alles zurück. Dann haben wir hier noch irgendwie ein Reis. Die hat jetzt eh schon wieder zu. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir den Orangenbaum hinpflanzen. Wahrscheinlich hier. Das ist der Plan zumindest. Kann ich dich jetzt hier anpflanzen? Kann ich dich jetzt hier anpflanzen? Okay. Ich bin gespannt, wie das alles wird. Ich bin gespannt, wie das alles wird. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das jetzt geschafft haben. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir zu wenig Samen gekauft haben. Mein Fehler. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Wir könnten doch noch überlegen, ob wir die eine Bohne hier irgendwie hinpflanzen. Habe ich eigentlich noch eine Bohne? Warum bist du nicht hier drin? Du kannst doch direkt hier hingesetzt werden. Da oben vielleicht. So. Nicht so aufmerksam. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen durch. So viele Aufnahmen hintereinander habe ich auch noch nicht gemacht. Zack. Zack. Kommt ihr hier rein. Ihr könnt hier hin zurück. Dann hole ich euch ab, wenn ich das nächste Mal euch brauche. Hier rein. Und wir können die Fackeln aber noch wieder auf die Sprinkler setzen. Hier. 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 Und hier fehlt auch noch eine Fackel. Das können wir eigentlich auch noch gerade machen. Wir bauen mal gerade eine Fackel. Ah, Harz. Okay. Aber ich nehme auch mal einen Harzblock mit. Und dann kommt er auch hier rein. Zack. Damit wir da nicht immer hinterlaufen müssen. Für alle möglichen Zutaten. Okay. Ich glaube, wir haben viel geschafft. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das hier alles im Frühling entwickeln wird. Auch hier mit den Bäumen. Und wir müssen halt echt mal schauen, wie wir jetzt den Hof langsam mal ein bisschen sinnvoll gestalten. Hier vielleicht auch nochmal einen Weg rüber bauen. Ich weiß noch nicht. Ich bin noch nicht so happy, wie es hier aussieht. Ich mag den Brunnen. Total schön. Ich weiß nicht, ob er da stehen bleiben wird. Aber ich muss mal gucken, wie die Wege jetzt verlaufen werden. Ich glaube, hier geht es auf jeden Fall runter. Also das wird so bleiben. Hier werden wir noch weiter T-Baum-Saat für T-Bäumchen hinstellen als Zaun. Da könnten wir eigentlich auch mal was bauen, oder? Haben wir noch genug, um T-Bäumchen zu bauen? Ähm, ich glaube ja nicht. Grasbündel. T-Baum, wilde Samen, beliebig und Fasern 5. Dann könnten wir doch mal hier eigentlich die Sachen rausnehmen und uns... Äh... Was machen wir eigentlich mit den ganzen Prombären? Die habe ich jetzt auch hier drin. Ähm... Das ist eigentlich doch gar nicht so wenig wert. Hier 3.360. Ah, sollten wir eigentlich vielleicht mal doch einfach verkaufen? Ich weiß noch nicht. Äh, ich könnte aber gerade mal Wintersaat herstellen. Hier haben wir... 11. Nehmen wir hier nochmal 11. Ähm... Hiervon brauchen wir dann 11. Hiervon 11. Ich gucke mal gerade, ob das dann funktioniert. Dass wir hier auch dann Winterwildsamen machen. Boah, ganz schön viele vor allem. 110. Was brauchen wir noch für die Räumchen? Was war das andere noch? Fasern und Holz. Fasern haben wir hier oben drin. Das ist auch Quatsch, dass hier oben drin ist. Das brauchen wir auch so häufig für irgendwelche Rezepte. Das kann auch hier rein. 55. Ich mach mal 20. Verrückt. Dann packe ich euch auch mal hier rein. Aber wie viel... Wir müssten diese Samen echt mal benutzen. Wir könnten tatsächlich dann überlegen... Halt, stopp. Wenn ich jetzt gerade noch mal Frühlingssamen mache, die wir einfach einpflanzen. Ich hab halt nicht so viel für den Frühling. 2, 2. Ah, was brauche ich denn noch für den Frühling? War das die Gewürzbeere? Gewürzbeere und Löwenzahn? Nee, Gewürzbeere und Arzisse, oder? Was brauche ich für die Frühlingssaat? Ja, ist halt echt nicht viel. Aber 20 ist 20, ne? Ist auch nicht zu unterschätzen. Dann pflanzen wir die gerade noch ein. Oh, jetzt rennt mir die Zeit weg. Ist hier unten jetzt noch Platz? Habe ich das natürlich gut angelegt, die Felder. So. Ähm. Habe ich das hier vielleicht mal Platz frei? Nee, ich las... Habe ich hier mal Platz frei? Dann kann ich hier gerade noch was runterlegen. Okay, vielleicht lassen wir es erst mal so. Da kann es hier wachsen. Oh, ich muss ins Bett. Das ist zu knapp. Das ist zu knapp. Das ist zu knapp. Äh, schnell noch verkaufen. Oh je. Nee, das schaffen wir. Uh. Nicht auf die Zeit geachtet. Knapp. Okay, cool. Frühling mit dem blauen Bande. Und wieder habe ich es vergessen. Wie es richtig geht. Na gut. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Vabeisein. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben lassen. Würde mich sehr freuen, den Kanal auch. Wenn ihr Neuseiten Spaß hattet, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Das würde mich auch sehr freuen. Und ansonsten, habt eine schöne Zeit. Habt einen guten Tag. Lasst es euch gut gehen. Bleibt anständig und ciao.